Hallo, ich heiße Marcel. Jeder kennt mich als Austausch. Ja, ich weiß, auch wenn kein Mensch mich bisher wirklich gesehen hat, würde mich jeder gerne. Ich muss sagen, dass ich aber auch wirklich total niedlich sehe. Ich habe einen Pelz, meine lange Ohren, und mein kleines 6-Stubs-Nieschen. Einfach Zocker. Ich habe Fans auf der ganzen Welt. Ich kann das so gut, dass ich mein Gesicht tätowieren habe. Ich habe meinen Playboy ausgesehen. Das ist der Grund, ich werde mich gerne heute. Für in allem den, dass ich alle jahres Schoklas eher an ihre Gärt verstoppen. Weil das der Feierabend abbringt. Neisundig. Also öftersundig. Der Vierhofen verstoppen ich mich eher ein bisschen Iverraum. Ich verstoppen so gerne Sachen. Ich übe das ganze Jahr, Iver. Wenn der ihren Telefon nicht mehr rumfand, das war ich. Wenn der dort den Schlüssel nicht fand, rum ich. Auch wenn ich mich eigentlich gut machen, muss ich immer auf die Unfallkonkurrenze passen. Oh, ich losse nicht. Ich kann dich nicht vorstellen, wie lange das dauert, Schoklas eher zu lehren von den Häusern. Schoklas. Schoklas.